So, das wird jetzt ein bisschen teuer. Hier müssen wir eh nochmal gucken, mit der Brücke. Ich werde ja auch noch Schiffsverkehr haben. Achso, wartet mal kurz. Ähm. Ja, Prötlin liegt da jetzt irgendwie auf der falschen Seite, ne? Wir müssten ja von hier, das müsst ihr ja dann kreuzen praktisch. Das müsst ihr dann hier auf das Stückchen gehen. Die Linie eigentlich. So, Krümmung zu groß, okay. Ja, auf jeden Fall müssen wir hier rüberfahren. Egal wie. So am besten. Oh. Ne, 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 ne. Warte, 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 warte. So doch nicht. So war das doch nicht geplant, Mensch. Was hat denn der jetzt hier für einen komischen Kram gemacht? Ah, Signale. Das ist ja jetzt komplett... Ab hier geht's wieder. Stört das Signal da noch? Wartet mal, wir reißen erst mal das Signal hier nochmal weg. Ach, ne, wir müssen glaube ich... Ja, die Weiche muss da wieder weg. So. Dann sieht's schon mal so viel besser aus. Gut, warum er jetzt hier außenrum fährt, weiß ich nicht, aber... Achso, weil da noch entsprechend Signale stehen. Wartet kurz, wenn wir das hier wegnehmen. Oh, noch nicht das Gleis, das Signal, Mensch. Kriegen wir das da wieder dran gebastelt? Ah. Ja. So sieht's schon besser aus. Und dann zweigleisig bis dahin. Und dann geht's hier weiter, beziehungsweise da zurück. Hm. Und dann könnte es eigentlich ab hier auch wieder zweigleisig werden. Wartet kurz, wir gucken nochmal ganz kurz. Okay, hier ist... Achso, ne, das ist ja ein Leergleis. Das benutzen wir ja eh nicht mehr. Das könnte eigentlich auch weg. Von daher können wir hier rausgehen. Snap mal da ein bisschen ran. Nicht so hoch bauen. Okay, wartet, ist erstmal egal. Gehen wir halt von da weg. Ist ja wurscht. Dann gehen wir erstmal bis hierhin. So. Dann nehmen wir wieder den Bulldozer. Und entfernen das hier mal. Und dann geht's parallel hier weiter. Uah. So. Und so. Oh, hoffentlich reicht das noch hier. Reicht nicht. Mist. Wartet. Haben wir schon zu viel gebaut. So. Dann nochmal. Oder auch nicht. Warum geht das jetzt nicht? Was baut der denn hier? Eine Weiche hätte ich dort bitte gern. Ja. Genau sowas. Ne, sowas nicht. Sowas bitte. So. Bau nicht möglich. Wo snappt denn der da immer rein? Mensch. Da ist auch falsch. So. Okay. Sieht soweit erstmal schon mal ganz gut aus. Okay. Müssen wir jetzt erstmal. Äh. Müssen die jetzt erstmal passieren lassen. So. Bevor wir dann hier das Teilstück wegnehmen. Achso. Steht noch ein Signal. Und dann springt die Linie um. Sehr schön. So. Der wartet jetzt. Wo steht der denn? Und warum steht er da? Der Zug fährt schon richtig. Aber der hier wartet irgendwie auf freie Wege. Wo ja vor ihm alles frei ist. Denke ich mal. Aber das kann man halt eben. Wartet mal kurz. Oder haben wir irgendwas falsch gebaut? Ne. Da würde ja da stehen. Kein Weg. Äh. Ich brauche nochmal ganz kurz die Cargo Linie hier. Die nicht. So. Warum ist das hier so? Achso. Aber das kann man auch passieren hier das Stück. Oder ist er zu eng? Ne. Das geht. Jetzt fährt er auch. Worauf hat er denn eben noch gewartet? Gut. Da stehen halt eben jetzt noch keine Signale. Wir müssen noch Signale setzen. Auf jeden Fall. Bis auf das eine hier. Aber das ist ja. Nicht von Interesse für die Route. Ja. Hier muss auf jeden Fall auch noch ein Signal hin. Das ist ganz wichtig. Das ist nämlich der. So was habe ich bei der Bahn auch noch nicht gesehen. So eine Kreuzung. Aber. Können wir halt eben letztlich anders machen. Wir brauchen hier noch nicht nach Oberportlin reinfahren. Das macht ja keinen Sinn. Bisschen komisch. Aber gut. So. Da kommt der. Es ist ja abgesichert durch die Signale. Von daher. Passiert da schon nichts. Oh wo ist der andere? Da kommt er. Okay gut. Jetzt müssen wir natürlich schauen. Dass wir irgendwo noch zwischendurch ein paar Signale setzen. Achso. Hier kommen wir jetzt komplett falsch rum rein. Okay. Ist aber. Gut. Das ist jetzt auch nicht so wild. Einfach mal zwischendurch ein paar Signale setzen. Das ist halt eben. Ich weiß jetzt gar nicht. Wieso mir das Signal muss. Wartet mal kurz. Ja. So eigentlich dann. So. Das müsste eigentlich so rum. Normalerweise stehen hier anders rum. Aber weil wir halt eben hier verkehrt rum reinfahren. Da heißt das wir eben ja nicht zurück wechseln. Na gut. Okay. Dann würde ich sagen. Und setzen wir hier einfach noch ein paar Signale. Da einmal eins. Und hier nochmal eins. Das ist halt eben einfach nur. Um das Ganze so ein bisschen in Segmente einzuteilen. Dass die Züge praktisch schon unterwegs warten können. Und nicht im Bahnhof oder sonst wo warten müssen. Halt eben da wo das letzte Signal war. Müssen wir jetzt mal beobachten wie das so läuft. Ob irgendwo Wartezeiten entstehen. Ich hoffe ja nicht. Und wir haben schon wieder 5 Millionen und kein Kredit mehr. Von daher alles super. Aber ich denke wirklich der einzige Staupunkt den wir jetzt noch auf der Linie haben ist der Punkt hier. Wobei der jetzt auch nicht wirklich groß ist. Also von daher wenn da irgendwo mal ein Stau entsteht. Das ist eigentlich mehr Zufall als alles andere dann. So Fakt ist auf jeden Fall. Dass wir keine Wartezeit mehr haben sollten. Außer hier an der Stelle vielleicht. Aber das ist dann wirklich nur kurz. Und natürlich an den Bahnhöfen. Das kann auch noch passieren. Ja müssen wir mal beobachten wie sieht das so einpendelt jetzt hier. So der müsste eigentlich auch gleich rüberfahren können. Der andere ist nämlich noch weit genug weg. Ja manchmal baut man ein paar komische Sachen hier auf. Aber das ging jetzt wirklich nicht anders. Sonst hätten wir die andere Seite. Also die Linie hätten wir praktisch einmal um Portlin rumführen müssen. Um bei dem Rechtsverkehr zu bleiben. Aber gut. Ja und der hat hier schon wieder nichts mehr auf Lager. Dementsprechend werden wahrscheinlich die anderen Linien auch nicht unbedingt. Naja doch die machen ein bisschen plus. Aber es ist halt eben auch nicht viel. Da wäre natürlich mehr drin. Wir können ja jetzt mal gucken wie viel der einlädt. Obwohl wir brauchen wir ja gar nicht. Wir können auch einfach hier gucken. Ja 13,21. Züge sind nicht ausgelastet. Wir brauchen mehr Lebensmittel. Punkt. Und da wir jetzt genug Geld haben. Würde sich das eigentlich jetzt. Aber du müsstest ja komplett alle umstellen. Alle Züge. Weil wenn du jetzt einen schnellen Zug nur machst. Würde sich das wahrscheinlich irgendwann wieder nicht mehr ausgehen. Dann wird wieder irgendwo eine Wartezeit entstehen. Dadurch dass der schnelle Jahr. Wartet mal. Wir können da nochmal reingucken. Aber ich glaube der hat 100 kmh drauf gehabt. 2, 4, 6 Millionen. Rein theoretisch könnten wir die ja einmal umstellen. Die komplette Cargoroute. Auf die neue Lok. Mit 100 kmh mehr. Das ist ja schon ordentlich dann. Kostet uns aber auch mehr. Müsste sich aber rein theoretisch ja ausgehen können. Passen wir auf. Wir machen das jetzt mal so. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Von daher. Machen wir das jetzt einfach mal. Einmal müssen wir natürlich beim Fahrzeugersatz. Das austauschen. Nehmen wir einmal die Lok raus. Und setzen dafür die Schnelle ein. Zack. So. Aber wir werden die Züge jetzt alle ins Depot zurückrufen. Achso jetzt habe ich die Linie gerade zugemacht. Wartet. Cargo. Alle Züge. Alle Fahrzeuge ins Depot bitte. Und jeder müsste jetzt rein theoretisch auch den Weg ins Depot finden. Hoffe ich mal. Fahren die alle noch? Ne der steht. Wahrscheinlich kein Warte auf freie Wege. Achso. Der wird wahrscheinlich jetzt umdrehen und entgegensetzt der Linie Route da drüber fahren. Oder? Was hat der vor? Ich weiß nicht genau was der jetzt hier vor hat. Warum der da jetzt steht. Vielleicht will der irgendwo wenden. Okay wir warten das mal kurz ab. Wir können aber mit dem ja schon mal anfangen. Züge kaufen. Wartet. Wir entfernen die Lok. Die Waggons können wir ja lassen. Die sind ja noch nicht so weit. Züge kaufen. Einmal die schnelle Lok. Ja die hat. Achso wir hätten jetzt mal vergleichen können. Aber die hat deutlich mehr Power. Also hoffe ich mal dass sich das auch lohnt dann. So jetzt warten wir kurz bis der mal vorbeigefahren ist. Dann hoffen wir. Hoffe ich. Erkenne ich einen Plan bei ihm hier. Wie er jetzt. Was er da jetzt vor hat. Steht einfach nur da und sagt. Warte auf freie Wege. Komisch. Aber wir warten einfach mal noch mal kurz ab. Bevor wir jetzt den Zug rauf schicken auf die Strecke. Äh. Ja wie lange warten wir bis er das Signal passiert hat. Der müsste eigentlich in beide Richtungen wieder frei sein. Ansonsten schicke ich ihn nämlich noch mal auf die. Cargo Linie. Und gebe ihm noch mal den. Neu den Befehl wenn er irgendwo anders ist. Ich weiß nicht genau worauf er wartet. Jetzt müssen wir mal gucken. Wann ein guter Zeitpunkt wäre. Eigentlich wenn er hier drüber ist. Weil da müsste er könnte er rein drüberisch wenden. Okay das mit dem von überall ins Depot reinfahren funktioniert noch nicht so gut. Ich weiß nicht genau was sein Problem jetzt gerade war. Gut jetzt geht's. Jetzt kommt der auch. Okay. Gut. Dann machen wir mit dem hier noch das gleiche. Auch die schnelle Lok. Und dann könnten wir die rein theoretisch auch schon auf die Strecke schicken. Du musst jetzt nicht auf den dritten da warten. Cargo. So. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Achso. Äh. Das geht gerade nicht. Weil noch der eine Zug reinkommt. Der muss erst da sein wahrscheinlich. Weil hier keine Signale stehen. Nämlich mal an. Das könnte man ja rein drüber. Die Signale sind jetzt nicht so toll. Obwohl dann könnte es zum Stau kommen wieder. Das ist auch nicht so schön. Wartet. Wir warten einfach nochmal kurz ab bis der da ist. Du 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 du. Du 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 du. D'ü. Du.